Ein Leben voller Glück. Die perfekte Familie. Guten Morgen, mein Schatz. Niko ist gefüttert, die Windeln wechseln. Doch was ist, wenn es dieses Leben niemals gab? Ich weiß, wie es ist, wenn man abkratzt und dann war da dieses weiße Licht. Also viel Glück. Wenn du weinst, dann... Herr Göttler? Ja? Ich habe ein Päckchen für Sie. Danke. Wenn die Wirklichkeit eine ganz andere ist. Willkommen hier raus. Schrecklicher als dein schlimmster Albtraum. Wir haben vor uns die Leiche einer 45-jährigen Frau. Könnten Sie schon feststellen, ob es Suizid war? Das ist ein beschließender Albtraum! Du musst die Erleuchtung finden. Nein! Wenn der Tod die Erlösung bedeutet... Ich weiß jetzt, wer du bist. Suppntyisch eine Schmutzung von Sam birthday. Ich weiß, dass Unterschiede keine Geschmutzung sind. Untertitelung des ZDF, 2020